Nämlich, man muss ja einfach auf die Boni achten. Ich meine, die zeigt dann ja quasi, dass man hier lang muss oder kann oder sollte. Ja, kann, auf jeden Fall kann. Und ja, das habe ich dann irgendwie mal vergessen. Und oh mein... Na gut, äh... Cool, ne? Läuft ja wie am Schnürchen hier für den Bösewicht. Ah! Okay. Ja, aber nur weil ich ihn nicht killen kann. Das ist so böse. Wieder springen. Er rollt sich ab, er springt perfekt da dran. Wunderbar. So war es ja gedacht. Soweit ich weiß. So. Und so. Perfekt. Er hangelt. Wow. Oh scheiße, der hat den Sprung besser gemacht als ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine gute Idee war. Ah ja, okay. Wir versuchen jetzt mal die ganzen Boni hier einzusammeln. Ist nicht leicht. Okay, wir haben es übelst verkackt. Okay. Okay. Scheiße, der ist zu nah. Ah! Ich habe gewusst, dass das passiert. Ich habe es so gewusst. Okay. Diesmal läuft die Sache aber besser. Bin mir ziemlich sicher. Denke ich mal. Und weiter geht's. Ich lasse das jetzt mal mit dem Bonis hier. Weil ich das Level mal irgendwann auch zu Ende bringen möchte. Was vielleicht auch verständlich ist. Keine Ahnung. Bitte tötet mich auf der Stelle. So, sorry. Bin wieder da. Ah, okay. Ich hatte schon Angst, dass da jetzt was passieren würde. Aber ist nicht. Welch ein glückvoller Moment für unseren kleinen Wegrunner hier. Mann, der macht den Sprung da viel besser als wir. Und deswegen. Ah, okay. Er hat den Wandsprung verloren. Aber da wird er natürlich. Natürlich wird er neu gespawnt. Warum denn auch nicht? Warum springe ich? Nee. Ganz ehrlich. Langsam regt es mich auf. Was hier passiert. Jetzt machen wir das einfach mal. Kein Scheiß. Der Bass zermatscht mein Hirn. Okay. Zack. Mann, wie macht der das? So, jetzt müssen wir halt wegrennen. Weil sonst klappt das einfach alles gar nicht mehr. So, jetzt kommt der. Ah, scheiße. Wir haben es voll verhauen. Aber an sich kann man natürlich ewig vor dem Typen hier in dieser Runde laufen. Ja, ich will das jetzt auch schaffen. So fern. So fern. Genau, perfekt. So. So. Gar nichts. Was? Ich dachte, oh man ey. Also vollkommen umsonst. Alles gemacht. Leckt mich doch an der Foot. So. So. Rüber. Rüber. Warum? Mein Gott. Gedächtnis wie ein Brett ey. Schön dran. So. Mein Gott. Pisst mich der Scheiß an. Mann, warum geht das denn nicht mehr? Wie macht der das? Klar. Okay. Der wird erstmal neu gespawnt. So. Aua. Ja, tat ziemlich weh. Aber ich habe glücklich, weil er einen sehr seltsamen Vorsprung und über die Kranz gesprungen. Genau. Oh mein Gott. Ganz bittere Sache hier. Ganz bittere Sache. Den Dashboard könnten wir uns mal mit der Zeit mal kaufen. Wie mir scheint. Ich lebe sie für mittlerweile. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, was ich mit der Leiter machen soll. So hält sie uns wahrscheinlich eher wenig auf. Er läuft da immer krass gegen. Für uns soll es nicht schlimm sein. Wow. Okay. Auf jeden Fall hat es die gehabt. Weiter rennen. Man kann also auch unten langen. Und da gibt es eine Menge Boni-Punkte. Oh, wir laufen exakt an den Kanten lang und... Wir jumpen hier um unser Leben. Und weg. Er reicht gerade nicht viel, was Boni sammeln oder Tricks angeht, aber... Nun ja. Hauptsache, wir kommen auch voran, ne? Ich habe schon wieder nicht aufs Level geachtet, ey. Schon bitte, aber da ist ein Pfeil. Ich würde sagen, das ist eine gute Sache für uns. Spring! Ich war noch hinter ihm und er hätte voll die Probleme gehabt. Wette ich mit euch. Oh, perfekt. Oha. Stilvoll. Okay. Auf da ist so. Perfekt. Das Sliden bremst einen ja auch ab. So. Und... Hoch mit uns. In Straight Legs Flip. Kennen wir ja schon. Und... Oh mein Gott! Schmerzhaft. Ja, nicht jeder ist Mario. Nicht jeder ist Mario. Zack. Wo? So spät Sliden wie möglich. Damit man mehr Speed hat als der da hinter uns. Boni eingesammelt. Und drüber... Great Legs Flip. Ich war schon tot. Du mieser Wichser. Egal. Und ab hier springen. Hat geklappt. Wie ich es mir erhofft hatte. Wir sind mittlerweile am Zaun angekommen. Wie mir scheint. Rennen, 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 Rennen. Okay. Uncool. Okay. Okay, okay, okay. Hab schon verstanden. Hab schon verstanden. Wie das hier zu regeln ist. So. Ähm... Mein lieber Freund, du bist ein totaler Idiot. Wird's voll krass wegrennen können. Dann einmal in der Runde laufen und dann wieder weiter. Naja. Hirn ist nicht jedermanns Sache. Vor allem, wenn man sich die geilen, stylischen Kopfhörer abnimmt. So. Zack. Credits. So. Ja genau, was wollt ihr eigentlich von mir? Das ist doch scheiße. Ganz großer Bullshit. Zack. Liquid drüber. Und. Hm. So. Und. Was zum. Okay. Zack. Mann. Ach. So. Ich glaube, ich hab jetzt ne Idee, wie das vielleicht geht. Okay. Ohne, dass der Typ uns halt überholt. Einmal wieder das Gerüst hier hoch. Zack. Und weiter. Und weiter. In stride Legsflip. Und. Genau. Einfach gar nichts machen. Nein, ich bin so ein Idiot. Dann schafft das endlich aber die nächste Parchate, die extrem einfach ist, schafft er natürlich nicht. Warum auch? Oh Mann. Ich verkack's gerade richtig. Mal wieder. Oh Gott, das ist leid. Okay, ich dachte schon, der erwischt uns. Okay, er ist auch gestolpert. Ja. So. Zack. 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 Da, drüber, Gas geben. Ich hasse abbremsen so. Ich meine, wie vor dem Typen weglaufen, warum muss ich abbremsen? Zack. Oh man, der Typ macht das mit Herrenschuhen übrigens, ne? Der hat keine Sportschuhe an. Deswegen echt Respekt an den Typen. Weil so dicke Sohlen haben die Teile nicht. Besonders viel Grip, glaube ich, haben die auch nicht. Also echt. Adrenalin. FTW. So. Jetzt aber. Zack. Da war die Rolle fällig. Bebremsen. Mein Gott, was für ein Scheiß. Okay. Oh scheiße, ich hab so Angst. Okay. Und wir sind weg. Oder auch nicht. Autsch. Zack. Sorry, wir müssen dich leider mal ein bisschen austricksen. Aber trotzdem sind wir weg, man. Okay. Nee. Mann, ich guck nie welches Level, Mann. Ey. Okay, das war jetzt sehr verwirrend. Okay. 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 Da konnten wir dann also nicht lang. Langsam kommen sie uns also auf die Schliche. Wie mir scheint. Da schon springen. Okay, die Boni weist einem den Weg. Und die Credits. Okay, das war wirklich ganz schön dolle, in die andere Richtung zu laufen. Okay. Na. Hat dann aber gut abgebremst. So. Was ein Sprung! Wo kommt der hin? Wo kommt der her, meine ich? Ich habe mich ein bisschen ausgetrickst. Kann nicht schaden. Rennen um dein Leben, du absoluter... Oh mein Gott! Wir werden getroffen werden! Spätestens jetzt! Ja! Ich habe es so gearmt. Mann ey! Was für ein Scheiß! So. Auf jeden Fall! Wohin wollten wir nochmal? Einfach mal hier hoch! Jetzt! Barrel Volt! Sieht so kacken cool aus! Hep! 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 Und hier hoch! Okay, es ist nicht so schlimm wie das letzte Mal. Deswegen ich ein gutes Gefühl habe... Ah! Die Kniescheiben sind jetzt weg, würde ich sagen. War schön, euch gekannt zu haben. Ja, ich rede mit den Kniescheiben. Die irgendwo da hinten rumgammeln. Okay. Der ist mir wieder echt zu nah dran, ne? Ganz ehrlich. Zu nah dran. Ich muss jetzt echt jeden Weg hier halbwegs gut meistern. Um den auch nur ansatzweise abhängen zu können. Weil der ja an sich immer denselben Weg macht wie einer selbst. Und... Manchmal verhaut das dann natürlich. Ist ja logisch. Aber... Ist jetzt so eine Sache. Okay, renn, renn, renn doch! Verreckt! Wunderbar. So, wieder da hoch und weiter geht's in die Qualen, der Qualen ist. Sofern das Sinn macht. So, hier hoch, springen. So, und... Vielleicht mal von da springen? Ne. Würde nicht sagen, dass das schneller geht. Schön abgerollt. Schöner Barrel Rollt. Und... Zack. Hier hoch. Macht er auch nicht besser als wir und... Abgesprintet! 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 Trasser Jump, der total unlogisch ist. So. Er folgt uns natürlich auf Schritt und Tritt. So. Hier hoch ist er dann. Ja, im letzten Mal war er hier halt immer direkt hinter uns. Jetzt nicht. Die hat er uns dann erwischt. Er macht noch nicht mal Elektrizitätsattacken bis jetzt. Weil er nicht nah genug dran ist dafür. Okay, das gefällt mir nicht. Oh, oh. Wir stecken im Fahrstuhl. Das Level ist anscheinend also noch nicht vorbei. Aber da wir... Ich glaube wir jetzt anscheinend wieder einen neuen Freund haben. Was sind denn das für Leute? Oh mein Gott! Jump dran! Wow, okay. Wir fliehen also mit einem Drachen jetzt. Ah, Story 2 von 11. Perfekt. Und da brauchen wir dann... Wie viele Sterne? Um diese zu nur fremd zu schalten. 25 in Großballstelle. Also. Also, okay. Aua. Okay. Wie gesagt, ich kümmere mich dann da drum. Und... Wir sehen uns dann... Im nächsten Szenario. Ciao, ciao! Ich verbringe mich jetzt die Zeit damit, wieder außerordentlich köstlich auszusehen. Ich empfehle euch dasselbe. Euer VirenSack.